Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass ich hier Tod und Verderben mit rumtrage, mit rumschleif. So, er ist hier erstmal nachladen. Aber noch eine zweite Waffe. Ja gut, ja. Ist okay. Akzeptabel. Die helfen uns ja. Hoffe ich. Ich sehe das Ziel nicht mehr. Leite Suche ein. Ziel nicht in Sicht. Zentrale, erbitte Profile. Zentrale hier. Finde den Gegner. Ich weiß. Es ist unsinnig. Oh, Auge juckt. So. Ja, ich weiß. Es ist zwar unsinnig, hier irgendwas machen zu wollen, machen zu können, da er hier halt wirklich Sperrgebiet ist und, ja, Kriegsgebiet eher. Das hat man ja gerade gesehen. Da kamen ja die ganzen Panzer und so. Und jetzt ist wieder alles aufräumt. Es ist nichts mehr da. Als ob hier nie etwas gewesen wäre. Kann ich nichts aufnehmen? Ne. Na ja, weil sie nicht ganz so gesund sind. Huch. Tut mir leid. Woll ich nicht. Aber bin nach oben. So, bitte mitkommen. So, da ist bestimmt noch nicht irgendjemand drin. Oder? Na klar. Ach, es ist Nacht? Ich habe gar nicht gewusst, dass es auch Nacht ist. Ja gut, wir haben ja die ganze Zeit bei Taten gespielt. Und jetzt gibt es auch mal Nacht. Finde ich gut. Oh, wer ist noch drüben? Achso. Von uns. Meine Güte. Was hat denn der? So, hier, Baum. Da kommen wir mit. Oh. Können wir natürlich auch an die Brücke hängen. Ach. Na gut. So. Das Fahrzeug erstmal aufgeräumt. Egal, lass mal schwimmen. Mich interessiert ja niemanden. Ich hasse Licht. Ich hasse Licht. Da oben ist ja die Basis, gell? Oder die war doch da oben. Also da hinten. Oder die war doch da oben. Ne, die war hier. Da. Hä? Nein, 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 weg. Da oben. Toll. Jetzt wollte ich irgendwo anders hin. Falsch abbiegen. Mal wieder. Das kennt man ja. Hm. 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 War das hier? Ich glaube, das war nochmal weiter oben. Hier war's. Natürlich, sehr gut. Vor allem, wenn ich rumschwebe, gell? Rumfliege. Dann drücke ich irgendwelche Knöpfe die ganze Zeit. La, 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 la. Und hoffe einfach, dass es dann funktioniert. Hallo? Ich bin der Elektrodecker. Ich seh das Problem. Da ist kein Strom drauf. Das muss behoben werden. Ja, auch. Toll. Mega. Was jemand fragt. Ich war das nicht, gell? Haus verstanden. Ja, ja. Ja, standen, verstanden. Na, ebenso. Kann man eigentlich? Na gut, Klammer. Ah, hier war noch irgendwas, oder? Da unten? Ja gut, bei denen kann man natürlich auch was anderes machen. Ja gut, sehr gut. Ja gut. Naja, wenn es da hinten allein explodieren will, dann ist es mir auch ein Gericht. Naja. Kann es ruhig machen. Ich bin tolerant. Aber das hier, gell? Das war, glaube ich, mal einen Stock höher gelegen. Oh. Ja, 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 ja. Natürlich brauchen wir auch extrem viel Munition dafür, aber naja, wir haben es ja. Wir kriegen es ja von den ganzen netten Leuten wieder zurück. Ja. Oh, kann man die bewegen? Ja, man kann die definitiv bewegen. Oh, Moment, da freie ich mich gerade, was? Ah, schade. Da müsste eigentlich demnächst wieder eine kommen, oder? Sobald wir nicht alles kaputt gemacht haben. Theoretisch. Also, weiß ich nicht. Mal, das Ding will ich aber jetzt kaputt machen. Ist mir aber jetzt egal. Ist mir ganz ehrlich egal. Waffen haben wir nicht. Wir haben gar nichts. Dann nehmen wir mal... Ach. Uh. Abfahrt. Das ist eigentlich zu gut. Okay, ja. Das ist zu gut, um es zu zerstören. Nehmen wir nochmal das hier. Toll, der ist wohl langsam. Na, also, geh doch. Watt, der explodiert nicht mal? Jetzt bin ich beleidig. Ist heute keine Lust mehr. Na, komm, geh hoch. Jetzt nehme ich das eine Auto. Lass Musik laufen. Fahr in der Stadt rum. Noch sieben Minuten. Und dann beende ich mal wieder hier das Aufnahmeründchen. Ah, schön. Kein Kratzer. Die Tür ist offen. Kann man es noch fahren? Ja, klar. Nehmen wir mal den Bongo-Sender. Nehmen wir mal den Sender. Wie kommt man hier weg? Ähm. Forimondo. Kein Fresco-Server. Äh, äh, ich meine Fresco-Sender. Schade. Wir wollen aber Fresco hören. Naja, das ist auch okay. Was haben die für Sender hier? Das ist doch noch schlimmer als in Kroatien, wenn man da Urlaub macht. Oh mein Gott. Jetzt kann man sich nicht anhören. Jetzt kann man sich echt nicht anhören. Kommt man hier nirgends runter? Ich will nur ehrlich nur hier das Ding verlassen. Beide Güte. So. Endlich ist wieder ruhig. Die Autos wollen mich verarschen. Sind nicht so empfindlich. Erst fällt man da 15 Stockwerke runter. Kein Kratzer. Dann fällt es mal zwei Zentimeter, ohne dass man drin sitzt. Zack, zerreißt das in tausende Einzelteile. Das gibt's doch gar nicht. Wir malen den Panzer hier. Aber egal. Wie kann man denn jetzt hier das schöne Stückchen Land verlassen? Ich will hier rum... Das war nett. Moment. Moment. So. Und kann man eigentlich... Vielleicht kann man den Turm oben auch zerstören. Kann ich aber leider nicht ausprobieren. Daher ich... Leider nichts habe. Ach da. Da fällt man runter. Ach so. Ah, schön die Stadt. Na klar. Gibt's denn nur diese kleinen, äh... Minivan-Trucks? Welche Richtung fliegt war ich gerade? Okay, ja gut. Ja gut, da... Da, 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 da. Gut, gut. Frachcontainer freischalten. Wahrscheinlich dann eher das hier, oder? Diese... Ne, das ist, äh... Training-Spezial-Lieferung. Okay. Ja gut, dann fliegt man. Ich würde gerne das hier machen. Ehe. So. Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das werde ich unbedingt ausprobieren. Langsam werde ich echt wütend. Ich brauche das Ding. So, auf geht's. Jetzt werde ich mal wütend. Hier mit dem LKW. Der Bus gefällt mir besser als so ein LKW. Oh, der LKW, der ist auch echt geil. Huch. Ja gut. Offroad-LKW habe ich mir auch schon immer mal gewünscht, aber... Er will ein bisschen auch mit einem LKW im Gebüsch rumfahren. Habe ich... Kenne ich nicht. Keine Ahnung. Toll. Ich habe ihn kaputt gemacht. Wir machen alles kaputt. Kriegt man wieder hoch? Ja, aber nur ganz schwer. Aua. Ja. Mhm. Das finde ich auch Huhn. Oder Goggle. War, glaube ich, eher ein Goggle. Wollte gerade schon Grehe sagen. Oh, ist das ein blöder Auto. Perfekt. Jetzt kann ich weiter. Was mit den Leuten hier passiert, ist mir vollkommen egal. La 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 la. Achtung. Warum Huhn die denn? Ich rette euch. Seid mal ein bisschen mehr dankbar. Huch. Ich sehe gerade, ich habe Discord-Nachrichten. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Hallo, Freunde. Ich bin mir jetzt sicher, aber irgendwann stimmt ja nicht, der hintere Teil vom LKW hat angefangen zu rauchen. Bedeutet nie was Gutes. Okay, warte. Ich muss mal, ich muss mal ganz kurz nachschauen. Ich hoffe, die Aufnahme bricht nicht ab. Hä? Okay. Okay, dann werde ich gleich mal die Aufnahme beenden. Ich werde mal so nah wie möglich hingehen. Ich bin mir nicht sicher. Weißt du was? Huch. Huch. Halleluja. Was ist denn heute hier wieder? Klar. Sehr gut. Dann versuchen wir mal so hinzufliegen. Mal schauen, ob es funktioniert. Ob wir es hinbekommen. Also, so langsam geht es immer besser. Also, mit dem Wingsuit kann ich schon, ich kann damit schon umgehen. Aber diese blöden Missionen, die sind so blöd gemacht. Also, die sind eigentlich schon gut gemacht. Aber die sind so tricky gemacht, dass man so relativ, naja, la, la, hinbekommt. Äh, ja. Das haben wir doch schon erledigt, oder? Aber die Basis, die sieht irgendwie wieder zurückgesetzt aus. Also, hier sind überall wieder die Antennen. Und es ist eine andere Basis. Könnte natürlich auch eine andere sein. Bin ich mir nicht sicher. Aber wie gesagt, ihr seht ja hier. Ich kann mit dem Wingsuit immer besser umgehen. Vielleicht kann ich sogar irgendwann mal die komischen Missionen da machen. Wer weiß, wer weiß. Hätten wir schon mal, schon noch irgendwann mal hinbe... Äh, noch mal probieren hinbekommen. Ich werde nichts versprechen. Ich glaube, das ist eine zweite. Das ist ganz klar eine zweite Basis. Das ist ganz... Ne, die haben wir schon. Oder? Das ist doch eine zweite. Achso. Moment. Können wir die jetzt machen? Uh. Nein. Hä? Ich... Ich... Ich will doch noch gar nicht das Elapa-Projekt beginnen. Ich will noch nicht. Sind die verrückt? Ich will doch jetzt noch nicht das Elapa-Projekt beginnen. Das Jappa-Jappa-Projekt. Ich will doch nicht hier noch freischalten. Hier. Speziallieferung. Oder was weiß ich hier. Das will ich noch alles freischalten. Ach genau. Und zwar gibt es noch eine kleine Sache zu sagen. Hier ist es sozusagen... Also, man muss taktisch rangehen. Man sieht ja hier, wir haben noch Trupps, gell? Wir haben Truppreserven 1. Hier braucht man aber Truppreserven 2. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel das hier freischalten, kriegt man diese Truppreserven zurück. Das heißt, wir haben 2 und können sozusagen das hier kaufen oder sozusagen die Trupps hinschicken, dass sie dann das Gebiet richten und machen und verteidigen. Und naja, deswegen wäre es vielleicht sogar schlauer, das Ding hier in der nächsten Folge zu machen, in der nächsten Aufnahme und das da hier dann versuchen auch zu machen. Da haben wir dann hier den einen Trupp mit diesem Trupp, ähm, Trupp, gell, hier einlösen können. Dann haben wir das Gebiet auch freigeschaltet. Müssen wir mal schauen, aber das hier, das werde ich jetzt noch nicht machen. Schreibt mir mal in die Kommentare, falls ihr wisst, ob das hier jetzt schon... Aber das kann nicht sein. Wir haben doch von der Karte überhaupt nichts gesehen. Wenn wir jetzt... Ich hab keine... Mann, da kommt aus, wir sehen mal drauf. Ähm, keine Ahnung. Das werde ich, wie gesagt, noch nicht machen. Werde mir noch ein bisschen Zeit lassen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Aber dann werde ich in der nächsten Folge wahrscheinlich erstmal das hier machen. Gut. Aber jetzt erstmal Dankeschön fürs Zuschauen, gell. Bis zur nächsten weiteren Aufnahme von Just Cause 4. Hat mir wieder extrem viel Spaß gemacht. Ähm, und ich teile es mir auch so ein bisschen in ein Häppchen. Was ist denn hier schon wieder los? Heiliges bisschen. Kaum ist man, wie gesagt, nicht da. Schon fliegt hier. Die sprengt sich doch gegenseitig in die Luft. Die machen doch hier alles zu Schnecke. So. Aber ich teile es mir ein Häppchen auf. Ich nehme jeden Tag... Ich versuche es jeden Tag ein bisschen aufzunehmen. Dann habe ich nämlich noch was... Ja, für die... Keine Ahnung. Also, was mache ich? Ich nehme jeden Tag so 1-2 Stunden auf. Macht dann auch Spaß. Und dann mal schauen. So. Perfekt. Jetzt hat das Ding einen Upgrade bekommen. Jetzt hängt da das Fass dran. Vielleicht kann man das Ding sogar noch machen. Hm. Mhm. Gut. Mit diesem Knall verabschiede ich mich ganz herzlich. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Just Cause 4. Ja, deswegen danke fürs Zuschauen. Und ciao. Tschau.